also alle die die mitmachen wollen die sich bereit dazu führen mit uns muss man sich da bereit fühlen es kann sein dass ihr sterbt es kann sein dass die tiere verliert wenn ihr euch immer noch dazu in der lage fühlt ihr werdet zwar sterben ihr werdet nie niedergebrannt sie wird jetzt ausgeschlachtet die aus ausgelutscht sogar ihr werdet mit schmach nach hause führen aber hey was im youtube-video es ist doch sagt doch alles nackig herumlaufen das gilt das schon mal das macht macht die tage ist auch so wie zu uns gekommen natürlich hat sich nackt gezeigt dann haben wir sofort gesagt eigentlich nicht so viel ist ja gar nicht dran aber beweis bilder beweis bilder die nie was gibt es da zu lachen die nackte war grafild der schmale wie geht der denn wie heißt er grafild der schmale vielleicht vom namen her volker her ich bin wieder im boden der tatsache ich habe das perfekte post hier mit gefunden ich sehe schon das kann ja voll stoßen wie viel stelle menschen nimmst du mit welchen dex eigentlich wer hat den eingepackt von sechs das war doch ein grüner ja ich suche an der stelle stelle das war ein menschen also normalerweise reite ich immer gerne aber das war diesmal menschen nicht ja sonst nehme ich mir irgendwem ist ja auch egal das ist der zucht das original zucht menschen siehst du das weib ist gestorben war nicht irgendwo in den tieren noch was drin ich habe per ding ist gesucht per soul finder also ok ist nicht habe sie gefunden ach du hast sie gefunden da habe sie nicht gefunden kennst du das wenn man ein lied die ganze zeit im kopf hat und will das immer unbedingt singen na nicht das lied also hatte ich nicht eine bessere verbesserte fackel oder was nicht doch ja doch ja dann hatte ich eine meinung die ist auch verbessert fragt mich nicht beim umzug alles irgendwie durcheinander bekommen wenn ihr von nacht und liebel aktion macht hier beim umziehen in der werkbank ist eine ok also ich gebe dir einen von mir die liga sogar eine grüne die hatte ich irgendwo ein blut aber keine shop kann dafür ich habe noch nie eine bessere verbesserte fackel gefunden noch nie die bringt über der stone mit irgendwie von irgendeinem flohmarkt gekauft oder so mit leds letzt ja es gab es meint hier ist nicht da sie gar nicht ein anderes was ein bisschen schade war der war ja sexy ansonsten nehme ich noch scharf mit nein warum teilt doch mal ein bisschen sei doch mal bis jetzt kann man die motorsäge mit dann gehe ich ganz nah ran ich habe den schlag dankeschön das war egal welchen dort ich ja da oben der seite so ein scheiße aufgehoben das mal alles weggebracht nicht dass der als wir die bosse gemacht haben vielleicht mit draufgaben ist und stellen wir jetzt bei mir eigentlich zu kalt und nein 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 mein hatte ich immer immer in meiner tasche wir haben zwischendurch noch mal ganz viel ganz oft den steinbühren und so gemacht für was gibt der irgendwas besonderes ja rüstung und wir brauchen seine relikte für die ist das eine die oder der ein r also im wald meister 1 2 3 4 5 6 ich nehme 10 elements mit wo ich nehme welche wird was ich sterben würden später ein bisschen mehr mit was ist eure taktik 0 sterben das ist eigentlich ganz einfach wenn die let's plays wer von uns gesehen habt da kennt ihr den boss weit der grüß der große teil von unseren dinos die wir mitgenommen haben die gehen zum boss und feiten den und alle anderen spieler die laufen und machen die tentakel und versuchen nicht zu sterben fertig alles andere macht eigentlich dass der rest der tiere die dabei sind weil die werden ja direkt zur zum bauch gebracht und dann dürfen sie durch die eingeweide beißen ja das die bankgang frau hallo hallo die bankgang dankeschön die klotes die man hier oben drin waren also in dem gebäude nehme ich mal mit für drüben dann ich habe sie nur eingekapselt dann vergessen wir sie nicht zum übergehen das ist schon mal gut kein vogel mit ne ja außerdem die wir selber schon haben ja die haben ganz das nest schon die man gute handschuhe irgendwo flack oder flack ja und wenn sobald das wir erst mal nach sonst nämlich die hanschuhe wir haben glaubt was da du brauchst dann die schutz dinge drüben ja aber für die für den boss da haben wir nicht dann nämlich steht die nachschuhe die sind mit habe ich jetzt gehabt 214 nämlich schon möchte gerne was machen gibt es irgendwie eine level begrenzung ja gibt es können bis beta machen 75 100 auch kein beta machen warum bin ich noch so klein ja können wir nur den gamma machen also ja ich bin dann handeben auskommen dann spiel ich im hand ich habe schokoladen kekse immer so hier mit schokoladen zeug drauf die sind jetzt schon geschmolzen seitdem wir hier liegen ja den drachen dann auch hier machen und flugs wir können betern ich machen weil wieder oder warte wie ist weit ist in sein ich bin ja der boss auf dem server man bin ich noch keine 100 6,7 eingeben hier hier hoch waren das gaspik vorbei alles gern und drück mal hier drauf jetzt musst du dich leider kurz ausloggen und auch weil du ero gehen ich gehe kurz rüber ich bin noch schneller warum hast du einen charakter auf weil du ero schon wächst der ist höher von der will ich gehe mal kurz rüber und julia gucken nach aber ich glaube der war höher von der rüber war schon dann die 75 also ich bin mir was ich dass der hübscher bald der hier ja absolut die sind ja sowieso eigentlich alle hübsch aber das war hässlich ich hab's nicht gehört man da tut das alter immer dicht machen hallo grauer gute abend ich werde hier gemobbt vom schetz vom wolder nicht hat das geklappt hast du deinen gelben titel geändert kann das leider nicht gelben titel ändern ich bin jetzt hat eingegeben auf das setting stehen nach so ich mach das schon ja das ist wieso bescheuert was packst du denn kuchen der becker hat gerufen das gibt es hier in den kisten das sind sehr viele waffeln kann mal jemand diesen blöden stego töten wenn ich mir auf dem server das ist aber hübsch der stehen ja gleich wechseljahre wie du stehst nicht auf schweiß frisch gebolken glas glas schweiß am tag ist gesund google bitte morgens mit olivenöl damit zum rachen runter runter geben besser runter geht ja genau damit es besser rutscht hallo michael guten abend michael und die oder teil oder der tiger 74 werden auch noch mit dabei müssen mal gucken welches level ihr seid und hallo gesagt ich habe auch was gehört ich dachte ich bilde mir das ein ich mache keine schweine sachen mit euch ja keine schweine kram hier also jetzt nicht hatte ich ja gerade eben erst mit dem andro so groß zum drachen zu gehen noch gar nicht dran gedacht aber warum erzähl mal was gibt es denn da so besonders an ach so hat diesen geschützt wegen dem schützturm ja okay das ist natürlich dann easy ne aber es hat wird dann teuer aber die schütztur ja aber baller baller ich bin lieber baller baller warte ich nicht also dex wie sieht es aus willst du nach valko aero wechseln kurz die fünf level mit flux zusammen machen damit wir gamma und beta machen können verlier ich dann jetzt meine ganzen fortschritte meiner runen eigentlich ja aber kriegst du mehr xp nein nein wenn er sich jetzt ausloggt und auf ähm ähm valguero sich einloggt da den boss macht da wieder auf geht wenn ihr davon da aus nach halber hälschen geht dann wieder zu ähm ja man darf den nicht überschreiben den er hier hat ja er darf halt nur nicht auf lost island mit dem charakter ich bin doch so charakterlos leute dann fragen wir sie mal so dex willst ein charakter haben oder da sind ja wo ist eigentlich ganz ehrlich glaubst du wir machen jetzt den boss ja dann lockt dich aus gehe auf valko aero coast online so mit dem flug ausloggen da okay ja das wäre auch praktisch dessen oben in der base ausloggen also flux hat beschrieben er kommt kurz in unseren fall und macht lackierpistolen in einer halben stunde bekommen wir ihn selbst auf level 100 was mit lackierpistolen das war ruhig händler ganz klar da hat er nachgesoffen der 88 mit lackierpistolen hat das wirklich geschrieben mit lackierpistolen ja lackierpistolen bringermeisten xp beim herstellen aber ich muss doch keine lackierpistolen jetzt herstellen nein du nicht das macht er aber halbe stunde ist schon ziemlich lang dann auf halbe stunde würde ich auf dem 100 schafft was ich will auch da kann ich ja nicht du willst doch nur lackierpistolen schnüffeln ja immer was eigentlich die base jetzt hier da hinten oder da oben oben hast du nie da ja ich glaube ich muss das hier an der klettern hatten ich habe ein zweiter 1 2 wo ich gehe oben in die base rein in die hütte einfach und nicht dann lockst du dich hier aus und gehst auf die walle die walle die schokoladen und kekstings von lux holst du dex bei uns ab also bei mir auf die jahre hallo hallo sollt ihr mich gut hören kann ich euch hören das weiß ich nicht aber wir hören dich also falsch war ich werde nicht in euren zeit gehen sondern es ist kurz in mein da es funktioniert dann besser ja ist egal du knisterst dann wie bei mir kommt abgehackt drüber weil ich sage lackier lackierpistolenprogramm an hat leichte rausch rausch und knacken also bei mir ist ganz leise alles gut so lange ihr nur voll gerauscht werdet ist es mir alles egal ich stelle ihn auch erst mal leise sag mal was bitte ich kann was sagen ob es sinnvoll ist es eine andere frage da bist du genau richtig hier aber ich würde sagen guck wir sagen von sinnvollen oder nicht sinnvollen sachen da kommt das sie wird in den chats ist auch klar was sollen wir da tun hallo sind wir reden gerade über sinnvollen sachen wir haben über dich geredet wir haben über dich geredet dann hier bei mir abholen ja klar diese nachbarn ach echt wo wohnst du ich wohne bei 60 70 70 70 60 70 60 die pyramide möchte ich auch mal ein schöner wohnen machen ist aber noch nicht ich habe mich schon gewundert wer das ist ja sonst habe ich immer hier so für gebaut ist habe ich mal was anderes probiert dann kann ich ihn auch zu euch bringen alles dreieck gespielt euch das letzte mal würfel das nächste mal kommt pizza eine kugel machen geht geht glaube ich alles schon glaube ich gesehen bei ark ja ja geht auch da bin ich so bin online bist du auch schon da das ist ja schon bei euch in der base schutzanzug kopfteil schade glaube ich nicht da lad mich mal ein du musst aber erst ich wollte sagen es geht einfach automatisch wenn es admin ist stammt von unig okay unig so ja die ohne sind vielleicht die einzelnen idioten die olex züchten der schwanz ist zu lang immer die so wie bei also du hast ja schon mal beschwert noch nie beschwert beim stone drüber lieber zu lang und das lieber zu dick wie ist das jetzt egal wir bleiben bleiben bei den tieren da hast du mit diesem charakter hast du bestimmt weil du bist gemacht auf gamma oder sie hat hier weil es noch gar keine poste gemacht müssen wir noch machen habe ich noch nichts gemacht hier da müssen wir jetzt über ein fabrikator machen da dauert es länger diese elefant ist ja süß das ist ein loterium glaubt mir die findest du nicht süß die sind scheiße ich sag mal so unsere pyramide hatte eine zeit lang eine wand weniger weil die fücher haben sie kaputt gemacht wir haben ich habe 40 punkte im leben ungelevelt so geprägt 20.000 die fücher sind komplett überpower da sind wir ja ich muss doch grad die karte aufladen die die map aufbauen dauert noch was wenn man eben so lange auf klar solange das level macht daher wir machen ja bald man schöner wohnen bestimmt hier will ich nicht so viel zeigen aber ich bin mal ganz kurz hier so gerne ist eine tür und verschlossen oder mal rein so auf der außenseite uhr lieferanten eingang nicht du bist gar nicht vorbei gerannt bin grad runter kommt in dem turbo gerade drin war ja da oder mal rein ich habe jetzt jede kreatur bis last island die auch wirklich existiert hat im museum das sind drei gänge und das will ich ganz sehen dass wir müssen wir zuerst mal angucken in einem schöner wohnen das ist so schade dann ja ich auch der meinung ich musste ich meine zeit finden das fertig zu machen ok also replikant sich drauf zugreifen entsperren und schließen entsperren und schließen guter machen fabrikator da musst du es in der krim erlernen von der lakierpistole wenn du das machst trinke ich ein ex des vergessens damit ich das ganze material hin und her tragen da will ich mich mal auf gewicht oh besitzer krillin dein partner ist stadt spielpartners krillin nein das war nur weil wir mal den versprünglichen zeit verlassen haben und weil sie aufgeteilt haben und da hat uns die welt übertragen okay guter macht sowas am präger zwar okay irgendwer hat die lakierpistole in seinem rezeit und jetzt ist haupt auf und weise rohmetall drin ich esse schokolade ja bist du frieden sie wird mit einem neuen rechner ich mache alle alles was du hier siehst kommt immer bei youtube wird bei youtube hochgeladen alles sei denn da vergisst es frei zu geben das war ja was anderes genau bei ich muss ja die ganzen sachen auch noch schneiden waschen legen und übrigens weil du kein sim versehentlich timo genannt hast und ich mein vorzustellen ich bin da timo hallo timo das wusste ich natürlich deswegen habe ich das aber ein scherz jetzt leute guckt euch das mal an hier saurons saurons ne wie war noch mit der turm das war ja nicht von der turm von sauron der so einen grünen blitz gemacht hat das war sondern die hexenturm von die sind ja normal welchen meinst du von dem nazgul könig der so einen golden grünen strahlen die luft schießt wovor die foto und sam sams baradour ich glaube es war war du mir das morgul wovor die da die treppe hochlaufen zur spinne hoch ja da bist du kannst es am fabrikator loslegen nach hier bist du ihn herzustellen ich muss doch was tun wird sehr schrecklich jetzt hier ja ich kann auch erst dann kriegst du aber nur die hälfte an xp dauert es länger der fabrikator ist hier gegenüber das hier der ganz normale fabrikator auch nicht hier ach wie meinst du okay ich sage ich du meinst dieses ganze einer von denen werden fabrikator ich weiß es nicht ich hab das noch gar nicht erlernt farbpistolen ja dann hier bist du da er ist die farbpistole der heißt glaube ich lackierpistole warum was macht die lackierpistole so besonders weiß xp glaube ich ein bisschen mehr als 700 xp theoretisch macht zwar der industriekocher noch mehr aber die lackierpistole ist egal außerdem die steampunkteile das ding ich zeige dir zu 100 prozent die lackierpistole ich erstelle jetzt hier 10.000 lackierpistole das richtig ja 10.000 ist nur so um die 500 seine damit einmal hundertmalig gerade du kannst mir einfach art drücken von daher weiß nicht wie viel ich damit machen soll einfach alles aber man kann die musste ja glaube ich mal wieder direkt rausschmeißen da weil die passen die nicht alle rein ne 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 wenn du die hersteller geht das einfach rein rausholen wo ich die dann dann level 100 bin ich aber nicht dann kann ich die nicht machen wir machen wir nicht einfach das schaffen wir nicht das müssen wir dann auf wann anders vertagen das macht so viele experten kumpelses machen gibt es im richtigen starken sprung immer herstellen wir können einfach auf die habe ich schon gemacht okay so ja ich dachte gerade wenn mir so langsam angezeigt wird das ist meine geschwindigkeit das ist das langsam das ist das stream das ist meine geschwindigkeit normal reise macht ja so dass wir mit den leuten erst die erweilung auf alpha machen damit sie die frei haben und man dann schnell durch habt ihr auch alles so schnell durch hier im pistolen her was schon dass ich die sachen für was anderes brauchen die pp kommt lieber zu uns was ich hier kommt sie bekommen hier kommt doch schon kommt doch die xp mit mit abgreifen ja also ich hätte ja auch für jede über 100 xp ist doch sehr gut um nebenbei tiere zu leveln mich dann für drüben einladen was den lackiert den kopf ist er so ist so ich bleibe den charakter hier weil ich das kopf schon genau so hoch bin ich gucken gehen weil ich gehe rüber der ist definitiv ich weiß es dass er noch nicht machen irgendjemand hat doch geschrieben gehabt michelle und teiger 74 hat was hat mit uns kürzlich alpha gemacht weil so war ja alle die auf jeden fall mitmachen wollen sollen kommen am besten auf jördor zu unserer base ok hat zwar das wollte auch mitmachen ist schon bei uns ja das ist okay eigentlich wollten wir sogar euch mal fragen wegen alpharock weil unser plan war da mal komplett ohne tiere reinzugehen nur mit waffen das gut ja leider haben das zeug nicht zusammen gekriegt sonst hätten wir es gemacht das heißt also nur mit waffen wird er reingegangen ja ja beta haben ja auch so geschafft einem zweiten versuch karakter super nehmen dann ignorieren einen die nameless und die reaper und dann einfach mit pampern außen rumlaufen auf die bücke laufen letzten tage abschießen und dann auf rockfeld drauf dann ist die kopfkunden rechtszeit